Musik 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 Heute sind wir bereit für das Regional Team Championship. Und es ist ein Team Competition. Wir haben vier Leute auf der Team und es ist normal Team Competition rules. Wo man kann die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen. So drei aus vier Counts. Es ist so, dass alle zwei Runden sind. Du Jumpst eine Runde, dann dann wiederholen und dann wiederholen. Und dann wiederholen und dann wiederholen. Und dann wiederholen und dann wiederholen. Und dann, wenn es ein Team ist, dann wiederholen. Dann haben wir ein Jump-Off. So, ich bin wirklich glücklich. Und es ist eigentlich mein erstes Team- mein erstes Team Competition. Ich habe noch nie ein Team Competition vorher, in meiner Riding-Karriere. So, es wird wirklich gut sein. Und es ist 1,10 Meter. Und das ist es. Und ich bin wirklich glücklich. Weil Kara hat so schön. Wir haben noch nie jumped seitdem. Aber in der letzten Show war es so gut. Und ich hoffe, dass sie so gut ist. Und ich hoffe, dass sie so gut ist. Und ich habe noch nie gehört. Und ich habe noch nie gehört. Und ich habe noch nie gehört. Aber meine Freundin Rikke und ihre Dad. So, sie fahren uns. So, sie fahren uns. Which ist so nice. Also, ihr müsst auch gerne folgen Rikke auf Instagram. Sie ist auch wirklich gut. Ich kann nicht sprechen. Die ist gut. Sie ist auch ein sehr guter Ritter. Mit einer wirklich guter Hose. Und ich werde sie unten unten aufbauen. Sie ist einfach so nett. Sie ist so nett. Und sie hat mich heute so gut. Und sie hat mich gerade nach dem Show. Also, danke. Wir werden versuchen, sie hat mir auch zu vlogen. Sie sagten, sie würde mir auch zu vlogen. So, hier geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt ist Therese auf die Kamera. Und sie ist so pretty. Pretty little Pony. She is really dusty today. Which is not very good. Papa, are you ready? Now little Kara Pony is ready. Okay, so now we arrived at the show. And uh, Kara is just going to wait in the trailer. While we go watch and uh, yeah. Gård an und bütter her. Okay, come on. This is Rikkes dog. He is the cutest little thing. Hi. Look at him. I want a dog too. So, we are driving with Rikke. They are driving us. They are being very kind and driving us. Yes, very kind. Here is me. And Frida and Emwe won the 80cm class. I am really happy. Hi. Hi, Afida. Hi! Hi, Afida. Hi. Hi, now we are ready. Pretty good. Go to Faven. And I am going to show you the outfit later. But now we are just going to go watch and uh, ready to ride. Got my outfit on. Das ist ja lustig. Es ist so viele, die sich auf dich zu sehen. Wir sprechen von dem Publikum, und dann muss man sich darauf achten, dass man mit ihr fölft. So, Eline und alle anderen mit der Sonne und der Telefonkarte und der Telefonkarte wünscht euch herzlich willkommen. Und wir werden bald bald erst starten. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.